Zug ist für mich in erster Linie der Zuckersee, der diesem kleinen Kanton eine unglaubliche Grösse und Weite gibt. Zug ist für mich dort, wo meine Familie zu Hause ist. Und das heisst gleichzeitig auch, dass es aus diesem Grund meine Heimat ist. Zug ist für mich auch immer der Moment, wenn ich von Zürich um die Arbeit zu Hause komme und denke, so, da kann mir jetzt niemand mehr etwas Böses.